Es gibt Zeichen der Hoffnung für Mogadischu. In Somalias Hauptstadt hat Großbritannien gerade wieder eine diplomatische Vertretung eröffnet, als erster westlicher Staat seit mehr als zwei Jahrzehnten. Und in London berät die internationale Gemeinschaft über den Wiederaufbau des ostafrikanischen Landes. Trotz Fortschritten bleibt die Sicherheitslage das größte Problem in Somalia. Der Bürgerkrieg hat das Leben hier gezeichnet und die radikal-islamische Shibab-Miliz. Lange beherrschte die Shibab auch den Bakara-Markt. Heute werden hier nicht mehr Kalaschnikows verkauft, sondern Baustoffe, Kleidung und Obst. Somalia hat Afrikas größte Küste. Seine Häfen gelten als Schlüssel zum Wiederaufbau. Es gibt jetzt weniger Piraterie und mehr Schiffe trauen sich, ihre Waren zum Hafen von Mogadischu zu bringen. Seit Jahren machen Piraten die Küste von Somalia unsicher. Die internationale Gemeinschaft hat mit Anti-Piraten-Missionen dagegen gehalten. Die Zahl der Angriffe ist gesunken. Aber Somalia bleibt eines der ärmsten Länder der Welt. Abdullah Abdi war selbst Pirat. Ein hungriger Mann sei zu allem fähig, sagt er. Im Namen Gottes kann es sein, dass die jungen Männer Schlimmeres tun, als zu See zu gehen. Wenn wir keine Arbeit für sie finden, dann können sie sich von diesen Unruhestiftern beeinflussen lassen. Der Weg zu einem dauerhaften Frieden am Horn von Afrika scheint noch weit. Aber die internationale Gemeinschaft will Somalia nicht im Stich lassen. Das soll auch die Konferenz in London zeigen. Besuch einfach. Ein besuchter Erfolger. Enfantische Erfolger. Ein besuchter Erfolger. Und so ein besuchter Erfolger. Vielen Dank.